Mesut Özil 15. Oktober 1988 in Gelsenkirchen, ist ein deutscher Fußballspieler. Nach seiner ersten Profistation beim FC Schalke 04 spielte er bei Werder Bremen und Real Madrid. Seit September 2013 steht er beim FC Arsenal unter Vertrag. Özil ist Sohn türkischer Eltern und war bis zu seinem 18. Lebensjahr türkischer Staatsbürger, entschied sich jedoch für eine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft. Er bestritt für diese insgesamt 92 Länderspiele und wurde 2014 in Brasilien Weltmeister. 2018 trat er infolge einer Kontroverse um ein Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan aus der Nationalmannschaft zurück. Leben Özils Vater kam in den 1960er Jahren als Sohn eines türkischen Gastarbeiters aus Devrek an der türkischen Schwarzmeerküste nach Gelsenkirchen, weshalb Özil die türkische Staatsangehörigkeit besaß. Diese legte er Ende 2007 ab, um in Deutschland eingebürgert zu werden. Özil wuchs mit einem älteren Bruder und zwei jüngeren Schwestern im Gelsenkirchener Stadtteil Bismarck auf. Aus einer außerehelichen Affäre seines Vaters Mustafa hatte er eine Halbschwester. Dieser agierte von Juli 2011 bis Oktober 2013 als sein sportlicher Berater und Manager, eine Aufgabe, die seitdem Mesuts Bruder Mutlu ausführt. In der Familie wurde türkisch gesprochen und anstatt eines Kindergartens besuchte Mesut Özil eine Vorbereitungsschule, wo die Mitschüler zumeist ebenfalls ausländischen Ursprungs waren und untereinander ebenfalls türkisch gesprochen wurde. Laut eigener Aussage wurden nur mit dem Lehrer Deutsch gesprochen und auch in der Schule waren viele türkischstämmige Mitschüler, wodurch Özil Schwierigkeiten beim Erlernen der deutschen Sprache hatte. Özil besuchte von 2000 bis 2005 die Gesamtschule Bergerfeld in seiner Geburtsstadt, die er mit der mittleren Reife verließ. Er gilt in der Öffentlichkeit als zurückhaltend und schüchtern. Zu seinen Vorbildern zählt er den französischen Fußballspieler Sinedine Sedan. Zur immer wiederkehrenden Frage seiner Staatsangehörigkeit und nationalen Identität äußerte sich Özil im Jahr 2012 wie folgt. Ich habe in meinem Leben mehr Zeit in Spanien als in der Türkei verbracht, bin ich dann ein deutsch-türkischer Spanier oder ein spanischer Deutsch-Türke? Warum denken wir immer so in Grenzen? Ich will als Fußballer gemessen werden, und Fußball ist international, das hat nichts mit den Wurzeln der Familie zu tun. Mesut Özil Özil war von Januar 2013 bis Oktober 2014 mit der Sängerin Mandy Capristo liiert. Im November 2015 wurde bestätigt, dass Özil und Capristo erneut ein Paar sind. Im Juli 2017 wurde seine Beziehung mit der türkisch-schwedischen Schauspielerin und Mistaki 2014, Amine Gülse, bekannt. Im Januar 2019 hat sich das Paar verlobt und bereitet im Frühjahr 2019 seine Hochzeit vor. Vereine In seiner Jugendzeit spielte der Linksfüßer zunächst für mehrere Gelsenkirchener Vereine und später fünf Jahre lang für Rot-Weiß-Essen. Im Sommer 2005 wechselte Özil in die Jugendabteilung des FC Schalke 04. 2008 folgte der Transfer zu Werder Bremen, von wo er 2010 zu Real Madrid wechselte. Seit 2013 spielt er beim FC Arsenal. Schalke 04 Mit den A-Junioren des FC Schalke 04, für die er in der Saison 2005 016 Treffer erzielte, gewann Özil am 4. Juni 2006 die deutsche A-Junioren-Meisterschaft, 2 zu 1 im Finale gegen den FC Bayern München. Ab der Spielzeit 2006 07 gehörte er dem Kader der Schalker Profimannschaft an. Seine ersten Pflichtspiele im Seniorenbereich bestritt Özil gegen Bayer 04 Leverkusen und Bayern München im DFL Liga Pokal 2006. Am 12. August 2006, erster Spieltag, gab er beim 1 zu 1 Unentschieden im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt sein Bundesliga-Debüt, als er in der 80. Spielminute für Hamid Altentorp eingewechselt wurde. Insgesamt kam Özil in seiner Premieren-Saison, in der er mit dem FC Schalke 04 Vizemeister wurde, auf 19 Einsätze in der Bundesliga. In der Hinrunde der Saison 2007 08 hatte er sich noch nicht endgültig etabliert, obwohl er sechs seiner elf Einsätze in der Startelf bestritten hatte und auch in der Champions League viermal eingesetzt worden war. Im Januar 2008 gab der Verein bekannt, den noch bis zum 30. Juni 2009 laufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Vorausgegangen waren Unstimmigkeiten bei den anstehenden Vertragsverhandlungen zwischen Özils Vater und dem Spielerberater auf der einen Seite und der Vereinsführung des FC Schalke 04 andererseits. Werder Bremen Daraufhin wechselte Özil am 31. Januar 2008, dem letzten Tag der Wintertransferperiode, vorzeitig zu Werder Bremen, bei denen er einen bis zum 30. Juni 2011 datierten Vertrag unterschrieb. Am 26. April 2008 schoss er mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2 zu 1 beim 3 zu 3 und entschieden im Auswärtsspiel gegen den Karlsruher SC sein erstes Tor in der Bundesliga. Zwölfmal kam er in der Rückrunde zum Einsatz, sechsmal davon im Startaufgebot. Wie auch in seinem ersten Profi-Jahr beim FC Schalke 04 wurde Özil mit Werder Bremen Vizemeister. In der Saison darauf wurde er von Anfang an eingesetzt und spielte sich bis zum fünften Spieltag in die Stamm-Formischen. Mit 14 Vorlagen war er der wichtigste Torvorbereiter im Team. Am Ende der Saison stand Werder Bremen in der Liga auf einem Mittelfeldplatz. Der Pokalwettbewerb 2008 0 9 verlief erfolgreich, man gewann den DFB-Pokal. Dabei schoss Özil im Finale das entscheidende Tor zum 1 zu 0 Sieg über Bayern 04 Leverkusen. International spielte er in dieser Saison 14 Mal für Werder. Nach dem Ausscheiden aus der Champions League nach der Gruppenphase erreichte er mit der Mannschaft das Finale im UEFA Cup, das gegen Schachta Adonetsk verloren wurde. In der Bundesliga 2019 wurde Özil zu einem Schlüsselspieler im Werder-Team. Er war erneut erfolgreichster Vorlagengeber und erzielte neun Tore. Am 1. Mai 2010 absolvierte er in der Schalker Feldhins Arena sein 100. Bundesligaspiel und erzielte beim 2 zu 0 Auswärtssieg gegen seinen ehemaligen Verein in der 55. Spielminute den 1 zu 0 Führungstreffer. Am Ende erreichte Werder den dritten Platz in der Tabelle. Werder stand auch, zum zweiten Mal in Folge, im DFB-Pokalfinale. Es endete 0 zu 4 gegen den FC Bayern München. Real Madrid Im August 2010 wechselte Özil für rund 15 Millionen Euro zu Real Madrid. Sein Debüt in der Primera Division gab er am 29. August 2010 zum Saisonauftakt, als er im Rahmen eines 0 zu 0 Unentschiedens beim ACD Mallorca nach der Halbzeit eingewechselt wurde. Beim 1 zu 0 Heimsieg über den CEO Sasuna am darauf folgenden Spieltag stand Özil erstmals in der Startelf. Am sechsten Spieltag erzielte er beim 6 zu 1 Heimsieg über Deportivo La Coronia sein erstes Tor in der Primera Division. Insgesamt absolvierte Özil in seiner ersten Saison in Spanien 36 Ligaspiele, davon 30 von Beginn an. Er erzielte sechs Treffer, gab 19 Vorlagen und wurde mit Real Madrid Vizemeister hinter dem FC Barcelona. Die Katalanen behielten auch im Halbfinale der Champions League die Oberhand. In der Gruppenphase hatte Özil zuvor gegen den AC Milan sein erstes Tor in der Champions League erzielt. Das Duell mit Barcelona im spanischen Pokalfinale gewannen die Madrilenen. Der Gewinn der Copa del Rey bedeutete für Özil seinen ersten spanischen Vereinstitel. Er hatte sich in Madrid auf Anhieb als Stammspieler etabliert. In seinem zweiten spanischen Jahr geriet Özil, der zu Saisonsbeginn die Rückennummer 10, traditionell die Nummer des Spielmachers, erhalten hatte. Nach einer schwachen Hinrunde in die Kritik. Der Rang des Spielmachers wurde ihm in dieser Zeit von seinem Mannschaftskameraden Angel Di Maria abgelaufen. Als Di Maria in der Rückrunde lange verletzungsbedingt fehlte, gelang es Özil, wieder an die Leistungen der Vorsaison anzuknüpfen. Er gehörte zum Kern der Mannschaft und absolvierte 35 Saisonspiele. Mit 121 Toren stellte der Real-Sturm um Cristiano Ronaldo einen neuen Ligarekord auf. Özil war mit 17 Torvorlagen der beste Vorbereiter der Liga. Real Madrid gewann 32 der 38 Saisonspiele und sicherte sich mit dem neuen Rekord von 100 Punkten die spanische Meisterschaft. Im Halbfinale der Champions League traf Özil mit Real auf den FC Bayern München und erzielte bei der 1-zu-2-Hinspiel-Niederlage in München ein Tor. Nach dem 2-zu-1 im Rückspiel in Madrid wurde das Elfmeterschießen verloren, damit reichte es Real Madrid zum zweiten Mal in Folge nicht zum Einzug in das Finale. Da sein Spiel wie im Vorjahr zu Anfang der Spielzeit 2012 13 Leistungsschwankungen aufwies, verpflichtete Real Madrid mit Luka Modric nach Saisonsbeginn einen weiteren Kreativspieler. Am 20. April 2013 absolvierte Özil in der Liga-Begegnung gegen Betis Sevilla sein 150-Stabpflichtspiel für Real Madrid, indem er zwei Tore schoss. Obwohl er am Saisonende national und international ohne Titelgewinn blieb, steigerte Özil mit neun Toren in der Liga seine Torgefährlichkeit und gab zusätzlich 13 Vorlagen. Zur Saison 2013-14 verpflichtete Real Madrid mit Esco einen weiteren Spielgestalter. Nachdem Özil am dritten Spieltag gegen Athletic Bilbao nicht eingesetzt worden war, während Esco zwei Tore zum 3-zu-1-Sieg erzielt hatte, entschied sich Özil, den Verein am folgenden Tag zu verlassen. Noch in der Woche zuvor hatte er einen Wechsel trotz der Konkurrenzsituation ausgeschlossen. Während seiner Zeit bei Real hatte Özil 159 Pflichtspiele bestritten und 27 Tore erzielt. FC Arsenal Am 2. September 2013 wechselte Özil am letzten Tag der Transferperiode überraschend für ca. 50 Millionen Euro in die Premier League zum FC Arsenal. Mit seinem Wechsel wurde er zum teuersten Einkauf des FC Arsenal, zum teuersten Verkauf von Real Madrid sowie zum bis dahin teuersten Wechsel eines Deutschen, dieser Rekord soll 2016 von Leroy Sané eingestellt worden sein. Er wurde Teamkollege seiner Nationalmannschaftskollegen Lukas Podolski und Per Mertesacker. Özil gab sein Debüt in der Premier League am 14. September 2013 beim 3-zu-1-Auswärtssieg gegen den FC Sunderland. Mit Arsenal gewann er 2014 und 2015 jeweils den FA-Community-Shield und den FA-Cup. In der Saison 2015-16 gab Özil mit 19 Torvorlagen die meisten in der Premier League. Sein Vertrag beim FC Arsenal läuft bis 2021. Nationalmannschaft Junioren-Nationalmannschaften Özil wurde im Alter von 17 Jahren, vergleichsweise spät, erstmals für deutsche Jugendnationalmannschaften berücksichtigt. Im September 2006 nominierte ihn der damalige U-19-Bundestrainer Frank Engel für die U-19. Sein Länderspiel-Debüt gab Özil daraufhin am 5. September 2006 beim 1-zu-0-Auswärtssieg über die Auswahl Österreichs. Am 21. März 2007 schoss er mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1-zu-0 beim 2-zu-0-Heimsieg über Georgien sein erstes Länderspieltor. Özil gehörte auch dem deutschen Kader bei der U-19-Europameisterschaft 2007 in Österreich an. Dort erzielte er in den ersten beiden Vorrundenspielen gegen Auswahlen Russlands und Frankreichs jeweils einen Treffer und scheiterte mit der Mannschaft im Halbfinale gegen Griechenland. Insgesamt bestritt Özil für die U-19-Auswahl bis Juli 2007 elf Länderspieler und schoss vier Tore. Im Alter von 18 Jahren wurde er im September 2007 vom damaligen U-21-Bundestrainer Dieter Eilz in die U-21-Nationalmannschaft berufen. Özil gelang in seinem Debütspiel beim 3-zu-0-Auswärtssieg über die nordirische Auswahl am 7. September 2007 ein Treffer. Im November 2007 beantragte Özil, dessen Vater im Kindesalter mit seinen Eltern nach Deutschland eingewandert war, seine Entlassung aus der türkischen Staatsbürgerschaft. Nachdem Özil zu Beginn der Saison 2008-09 mit sportlich guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hatte, wollte der türkische Nationaltrainer Fatih Terem ihn für die türkische A-Nationalmannschaft nominieren. Özil lehnte mit der Begründung ab, sich auf die deutsche U-21-Nationalmannschaft und die bevorstehende U-21-Europameisterschaft konzentrieren zu wollen. Er wurde jedoch weiterhin von Terem umworben. Was aus seinem Antrag auf die türkische Ausbürgerung wurde, war für lange Zeit unklar. Nachdem sich Özil endgültig entschieden hatte, in Zukunft für Deutschland spielen zu wollen, bestritt er bei der 0-1-Heim-Niederlage gegen Norwegen am 11. Februar 2009 in Düsseldorf sein erstes Länderspiel für die A-Nationalmannschaft. Sein bis dahin größter internationaler Erfolg war der Gewinn der U-21-Europameisterschaft 2009 in Schweden unter Bundestrainer Horst Robesch. Im Finale war er als Spielmacher maßgeblich am 4-0-Erfolg der deutschen Mannschaft gegen England beteiligt. Özil bereitete zwei Tore vor und erzielte das 2-0 selbst. Nachfolgend wurde er zum Main-of-de-Match-Bester-Spieler der Partie, gewählt. A-Nationalmannschaft Mesut Özil mit dem WM-Pokal 2014 Nach seinem A-Pflicht-Länderspiel-Debüt für Deutschland in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2010 am 12. August 2009 in Baku gegen Aserbaidschan war Mesut Özil endgültig nur noch für Deutschland spielberechtigt. Am 5. September 2009 erzielte er sein erstes Tor für die deutsche Nationalmannschaft im Freundschaftsspiel gegen Südafrika. Am 9. Oktober 2009 ebnete er den Weg für die Deutsche Elf zur Weltmeisterschaft 2010, als er das Tor von Miroslav Klose zum 1-0-Endstand gegen Russland vorbereitete. Anfang Juni 2010 berief ihn Bundestrainer Joachim Löw in den Kader für das Turnier in Südafrika, bei dem er in der Partie gegen Ghana am 23. Juni 2010 das entscheidende Tor für den Sieg der deutschen Mannschaft in der Vorrunde schoss und anschließend zum Main-of-de-Match, bester Spieler der Partie, gewählt wurde. Nach einer guten Turnierleistung erreichten die Deutschen den dritten Platz. Özil spielte alle sieben Partien bei der WM und wurde als einer von zehn Spielern für den goldenen Ball als bester Spieler des Turniers nominiert. Der Titel ging letztlich an Diego Forlan. Özil kam in der Saison 2019 bei 16 von 17 Länderspielen zum Einsatz und stand damit so oft wie kein anderer Spieler in dieser Saison auf dem Platz. Er fehlte einzig beim Spiel gegen Malta am 13. Mai 2010, da er mit Werder zwei Tage später im Pokal ins Spiel spielte. Im Jahr darauf bestritt er neun der zehn Qualifikationsspieler für die Europameisterschaft 2012, die alle gewonnen wurden. Er gab dabei sieben Torvorlagen und erzielte fünf Tore. Bei der EM stand er in allen fünf Spielen in der Stammelf im offensiven Mittelfeld. In der ersten Partie am 9. Juni 2012 beim 1-0-Sieg über Portugal und beim Viertelfinalsieg gegen Griechenland am 22. Juni wurde er zum Player-of-de-Match gewählt. In diesem Spiel bereitete er drei Tore vor. Bei der Niederlage im Halbfinale gegen Italien verwandelte Özil in der Nachspielzeit den Elfmeter zum 1-zu-2-Anschluss. Am ersten Spieltag der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2014 schoss Özil zwei Tore beim 3-zu-0-Sieg gegen Feröhr und verwandelte am zweiten Spieltag einen Elfmeter beim 2-zu-1-Sieg über Österreich. Insgesamt markierte Özil sechs Treffer in der Qualifikation zur WM 2014. Auch bei der Weltmeisterschaft 2014, an deren Ende der Titelgewinn stand, wurde er in den Kader der Nationalmannschaft berufen. Er stand in allen sieben Spielen in der Startelf. Im Achtelfinale gegen Algerien erzielte er in der 119. Minute das vorentscheidende 2-zu-0. Özil war sowohl in der Qualifikation zur EM 2016 als auch bei der EM in Frankreich wiederum Stammspieler und bestritt alle Turnierspiele über die volle Spielzeit. Im ersten Spiel gegen die Ukraine gab er die Vorlage für das 2-zu-0 von Bastian Schweinsteiger. Gegen die Slowakei verschoss er einen Elfmeter, im Viertelfinale gegen Italien brachte er zunächst das deutsche Team mit 1-zu-0 in Führung. Nach Ausgleich der Italiener und Verlängerung vergab er im Elfmeterschießen erneut vom Punkt. Trotzdem kam das Team weiter und schied anschließend im Halbfinale gegen Gastgeber Frankreich aus. Bei der WM 2018 in Russland, bei der Deutschland erstmals bei einer WM bereits nach der Vorrunde ausschied, kam Özil im ersten Spiel, 0-zu-1 gegen Mexiko, und im dritten Spiel, 0-zu-2 gegen Südkorea, jeweils über die volle Distanz zum Einsatz. Beim 2-zu-1-Sieg gegen Schweden wurde er nicht berücksichtigt. Seine Leistungen gegen Südkorea wurden teilweise als phlegmatisch, mutlos und sackhaft kritisiert, während andere Medien bei Özil in diesem Spiel die besten Statistikwerte unter den deutschen Spielern feststellten. Özil war der Akteur, der bei der WM von allen Spielern die meisten Torchancen herausarbeitete, 5,5 Chancen im Schnitt. Nach dem Ausscheiden der Nationalmannschaft aus der WM sahen manche Medien in Özil eine Symbolfigur des Scheiterns, während andere Medien die ihrer Ansicht nach übertriebene Konzentration und Fokussierung auf Özils Person und eine, ihrer Meinung nach, Stilisierung Özils zum Sündenburg seitens des DFB und vieler Fußballfans kritisierten. Am 22. Juli 2018 gab er seinen sofortigen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft bekannt. Weiteres Seit einigen Jahren unterstützt Özil die karitative Organisation Bichshö und kommt hierbei für die Kosten von Operationen für Kinder in Entwicklungsregionen auf. Neben Manuel Neuer ist er als einziger aktiver deutscher Fußballer im Kabinett Madame Tussauds in Berlin als lebensechte Wachsfigur zu sehen. Zusammen mit René Adler war Özil bereits als Titelfigur auf dem deutschen Cover des Spiels FIFA 11 zu sehen. Die Entscheidung, für deutsche Auswahlmannschaften zu spielen, rief zuweilen Unverständnis und teils offene Kritik seitens türkischer Fans hervor. Fußballprofi-Herr mit Altintup wurde laut Süddeutscher Zeitung zitiert, Özil habe sich für das Business entschieden, weil er als Deutscher mehr Lobby, einen höheren Marktwert haben und mehr Geld verdienen würde. Özils Entscheidung habe seiner Meinung nach nichts mit Integration zu tun. Altintup betonte später jedoch mehrfach, nichts derartiges über Özil gesagt zu haben, und verwies auf seine jahrelange Freundschaft mit Özil. 2012 wurde in der Heimatstadt von Özils Eltern, Devrek, zu seinen Ehren eine Straße nach Mesut Özil benannt. Im März 2017 erschien Özils Buch »Die Magie des Spiels. Und was du brauchst, um deine Träume zu verwirklichen« im Bastailüpe Verlag. In diesem erzählt er über seinen Weg zum Fußballprofi und mit welchen Eigenschaften man seine Ziele erreicht. Das Buch wurde weitestgehend positiv aufgenommen, so urteilte beispielsweise der Tagesspiegel, …, ein erstaunlich offenes und aufschlussreiches Buch, das eine andere Sicht auf Özil erlaubt, das ihn als deutlich kritischeren Geist zeigt, als man bisher angenommen hatte. Kontroversen Vorwurf des Steuerbetrugs Anfang Dezember 2016 wurde im Rahmen der Veröffentlichungen der Enthüllungsplattform Football Licks bekannt, dass die spanische Steuerbehörde von Mesut Özil eine Steuernachzahlung in Höhe von 2.017.152 Euro eingefordert hatte. Außerdem war eine Strafzahlung von 789.963 Euro gegen ihn verhängt worden. Nach den von Football Licks veröffentlichten Informationen soll Özil über Offshore-Scheinfirmen, Schweizer Konten und Strohmänner Steuern hinterzogen haben. Dieser mutmaßliche Steuerbetrug sorgte für breite Kritik in der deutschen Öffentlichkeit. Özil zahlte im Februar 2017 Steuern in der verlangten Höhe nach. Gegen die Strafzahlung erhob er Einspruch. Eine Entscheidung der spanischen Justiz über die Strafzahlung stand Anfang 2018 noch aus. Foto mit Erdogan, Rücktritt aus der National-Elf Im Dezember 2011, November 2012, Januar 2016 und Oktober 2017 kam es zu Treffen zwischen Özil und dem türkischen, Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan, die an der deutschen Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet blieben. Am 13. Mai 2018 traf sich Özil erneut mit Erdogan, diesmal in London zusammen mit seinem Nationalmannschaftskollegen Ilkay Gündogan und dem türkischen Nationalspieler Cenk Dossun. Alle drei Spieler überreichten dem Präsidenten eines ihrer Trikots und posierten mit ihm für die Medien. Diesmal jedoch kam es ab dem 14. Mai zu einer heftigen Reaktion in sozialen Netzwerken und beißenden Kommentaren der renommierten Medien, die sich zunächst gegen die beiden Nationalspieler Özil und Gündogan richteten. Als Grund für die veränderte Reaktion wurde insbesondere die große zeitliche Nähe des Auftritts zu den Wahlen in der Türkei am 26. Juni in Verbindung mit dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft am 14. Juni 2018 gesehen, für die beide als Spieler der deutschen Nationalmannschaft gesetzt waren. Trotz anderslautender Versicherungen beider Spieler empfand die weit überwiegende Mehrheit der Kommentatoren den Auftritt als politische Parteinahme für Erdogan und kritisierte sie, umso mehr, als beide Spieler sich am 19. Mai bei einem Gespräch mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zwar zu Deutschland bekannten, aber jede Distanzierung von Erdogan und dem gemeinsamen Auftritt unterließen. Da in der Folge Zeit Gündogan Erklärungen abgab, Özil jedoch sein Schweigen bewahrte, rückte er allein in den Fokus der Aufmerksamkeit. Der DFB schloss sich der Kritik an dem Fototermin zwar an, war aber stark bemüht, die Diskussion möglichst rasch zu einem Ende zu bringen, was jedoch messlang. Nach dem blamablen Ausscheiden der deutschen Elf in der Vorrunde begann die unter Druck stehende DFB-Spitze plötzlich, Özil immer stärker zu kritisieren und sogar Gedanken Raum zu geben. Özil sei mit der Unruhe, die sein Auftritt in die Mannschaft getragen habe, mitverantwortlich für das Ausscheiden der Nationalelf. Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff äußerte in einem Weltinterview, wir haben Spieler bei der deutschen Nationalmannschaft bislang noch nie zu etwas gezwungen, sondern immer versucht, sie für eine Sache zu überzeugen. Das ist uns bei Mesut nicht gelungen. Und insofern hätte man überlegen müssen, ob man sportlich auf ihn verzichtet. Bierhoff machte daraufhin in einem Interview im ZDF deutlich, dass er sich falsch verstanden fühle. Er äußerte, er habe gemeint, dass wenn das Team auf Özil verzichtet hätte, dann nur aus sportlichen Gründen und nicht wegen des Erdogan-Fotos. Man habe Özil nominiert und dazu stünden er und Jogi Löw auch. Die Passage, die missinterpretiert worden sei, sei ihm beim Gegenlesen des Weltinterviews nicht aufgefallen. Als Özil fast zwei Monate nach dem Treffen mit Erdogan noch immer keine Stellung zu seinen Beweggründen für das Treffen bezogen hatte, äußerte der damalige DFB-Präsident Grindel in einem Kierke-Interview, dass Özil sich öffentlich zu dem Thema äußern solle, wenn dieser aus dem Urlaub zurückgekehrt sei. Eine Stellungnahme Özils unterblieb allerdings zunächst. Für den Umgang mit der Causa Özil-Adorn erntete der DFB allgemein heftige Kritik, insbesondere, als Özil am 22. Juli 2018 sein Schweigen brach und auf dem Kurznachrichtendienst Twitter auf Englisch eine lange Erklärung herausgab, in der er neben massiver Kritik am Umgang mit ihm und Vorwürfen, der DFB habe ihn nicht ausreichend vor ihm gegenüber zum Ausdruck gebrachten Rassismus geschützt, bekannt gab, dass er nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft spielen werde, was er mit seiner Behandlung durch den DFB begründete. Özil griff im Zuge dessen auch den damaligen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel scharf an, ich werde nicht länger als Sündenbock dienen für, Grindels, Inkompetenz und seine Unfähigkeit, seinen Job ordentlich zu erledigen. Ich weiß, dass er mich nach dem Foto aus dem Team haben wollte. Komma, aber Joachim Löw und Oliver Bierhoff haben sich für mich eingesetzt und mich unterstützt. In den Augen von Grindel und seinen Helfern bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen, und ein Immigrant, wenn wir verlieren. Außerdem äußerte er mit Bezug auf Grindel, Leute mit rassistisch diskriminieren dem Hintergrund sollten nicht länger im Größten Fußballverband der Welt arbeiten dürfen, der viele Spieler aus Familien verschiedener Herkunft hat. Zudem kritisierte Özil, das Lothar Matthäus-Treffen mit dem umstrittenen russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin im Rahmen der WM 2018, von dem ein vergleichbares Foto wie das von Özil und Erdogan in Umlauf gelangte, weitaus weniger Beachtung als seinem geschenkt wurde. Matthäus erhielt für dieses Treffen jedoch auch Kritik. Zudem äußerte Özil, dass er mit dem Foto keine politische Botschaft habe senden wollen und keine Wahlempfehlung habe abgeben wollen, sondern es ihm darum gegangen sei, das höchste Amt des Landes, es komme einer Familie zu respektieren. Özils Rücktritt führte erneut zu einem großen Medien-Echo und zu einer breiten Diskussion in der Öffentlichkeit. Die Reaktionen in den verschiedenen Stadien der insgesamt etwa zwei Monate umfassenden Zeitspanne waren oft heftig, folgten aber in der Regel einförmig den bekannten Positionen der, insbesondere politischen, Akteure und boten kaum Neues. Von den Fußballerkollegen solidarisierten sich viele mit ihm, jedoch nicht alle, aus den Vereinen gab es gemischte Reaktionen, auch seine Sponsoren reagierten unterschiedlich. Noch die größte Übereinstimmung herrschte bei der Kritik an dem Auftritt Özils mit Erdogan und dem Verhalten des DFB. Weitgehend polarisiert waren dagegen die Ansichten darüber, wie weit Özils Hinwendung zu Deutschland gehe und in welchem Maße er dazu verpflichtet sei, inwieweit die Kritik an ihm ausschließlich Ausdruck eines Migranten, feindlichen Ressentiments sei, ob er seiner Vorbildfunktion als Nationalsportler gerecht geworden sei, was die Vorgänge um ihn für die Integration junger Migranten bedeuteten und um die Art und die Beurteilung seiner Motive. Vor ein besonderes Dilemma stellt Özils Verhalten die deutschen Kommentatoren türkischer Herkunft, die zwar Özil als Menschen mit Migrationshintergrund stützen wollen, aber seine Nähe zu Erdogan scharf missbilligen. In einer Reihe von Leserbriefen und in sozialen Medien kam es zu indiskutablen Schmähungen und Anwürfen gegen Özil. Die öffentliche Kritik an Özils Foto mit Erdogan war auch mit genereller Kritik an Özils Leistungen zusammengetroffen. Der türkische Präsident Erdogan stellte sich nach dessen Rücktritt aus der Nationalelf hinter Özil und nannte dessen Verhalten patriotisch. In der Folge von Özils Rücktritt wurde in der Heimatstadt von Özils Eltern, Devrek in der Türkei, auf Initiative des Bürgermeisters auf einem Plakatständer, der zur dortigen Mesut Özilstraße weist, ein Plakat, das Özil im deutschen Nationaltrikot von 2010 zeigte, gegen das Bild mit Erdogan, das im Mai 2018 geschossen wurde, ausgetauscht. Vor seinem Rücktritt aus der Nationalelf informierte Özil nicht Bundestrainer Joachim Löw über sein Ausscheiden, was sonst üblich wäre. Auch danach verwehrte Özil jeglichen Kontaktversuchs Joachim Löws per Telefon oder SMS, worüber Löw sich menschlich schwer enttäuscht zeigte. Auch ein Treffen Jogi Löws und Oliver Bierhofs mit Özil in London kam nicht zustande, weil der FC Arsenal Löw und Bierhoff den Zutritt zum Trainingsgelände verwehrte. Ob das geplante Treffen Löws und Bierhoffs mit Özil abgesprochen war, ist nicht bekannt. Im aktuellen Sportstudio erklärte Grindel im September 2018 zum referenzierten KK-Interview, dass er sich nie zur sportlichen Leistung von Mesut geäußert habe. Es sei abwegig, anzunehmen, dass ein Spieler allein verantwortlich für das Ausscheiden der Nationalelf, sei. Das KK-Interview, in dem Grindel eine Stellungnahme von Özil forderte, sei zu einem Zeitpunkt gewesen, als man davon ausgegangen sei, dass Özil weiterhin für Deutschland spielen würde. Es sei seine Überlegung gewesen, so Grindel, Fans und Mesut Özil, zusammenzubringen. Mit Ilkay Gündogan, der sich zu der Kontroverse in einem Interview geäußert hatte, sei ihm dies gelungen. Gündogan habe ihm mitgeteilt, dass das Gespräch, das er mit Grindel vor dem ersten Spiel nach der WM gegen Frankreich geführt hatte, gut verlaufen sei und er nie ein Problem mit Grindel gehabt hätte. Außerdem erklärte Grindel, dass er Özil vor der WM nicht aus dem Team haben wollte, sondern Bundestrainer Jogi Löw in der Frage der Kaderzusammenstellung das letzte Wort gehabt habe. Bezüglich des Themas Integration betonte Grindel, dass, er, immer für ein Miteinander geworben habe und positionierte sich dabei gegen eine sogenannte Parallelgesellschaft. Grindel gab auch zu, dass man Özil gegen rassistische Kommentare mehr hätte verteidigen müssen. Anfang September 2018 äußerte der türkischstämmige Basketballprofi Enes Kanter, der Erdogan kritisch eingestellt ist und mit der in der Türkei verbotene Gülen-Bewegung sympathisiert. Er wisse womöglich, warum Özil das Foto gemacht habe. Dem in den USA lebenden Kanter wurde wegen seiner Sympathiebekundung zur Gülen-Bewegung die türkische Staatsbürgerschaft entzogen. Sein Vater sei in der Türkei zweimal verhaftet und das Haus seiner Familie überfallen worden. Zudem habe er seinen Sponsor Nike verloren, weil er seine Geschäfte in der Türkei gefährdet sah. Mesut Özil hätte ähnliches widerfahren und seine in der Türkei lebenden Verwandten Nachteile erleiden können, hätte er sich einem Treffen mit Erdogan verwehrt. Im März 2019 lud Özil den türkischen Staatspräsidenten zu seiner Hochzeit ein und bat ihn nach Medienberichten, bei der Zeremonie Trauzeug.